Eine kleine Bemerkung zu meiner linken Seite, zu meinem Kollegen, dem Sprechspartner heute. Der englische Schriftsteller Chesterton hat eine Erzählung, der ein Leben eines Stammes erforscht in Afrika. Er wird gefragt, wer besser versteht die Geschichte und die Sitten dieses Stammes? Sie oder die Vertreter dieses Stammes eigentlich? Darauf antwortet der Professor ich, weil ich der Professor bin und natürlich auch die Stammesmitglieder, weil sie eben von diesem Stamm, ja, stammen. Entschuldigung. Ich bin in dieser Situation in der Rolle des Professor. In dieser Situation bin ich in der Rolle des Professors. Und in dem, natürlich, ich verstehe, dass es besser ist, aber in dem, sicherlich, dass es besser ist. Und natürlich ist es nicht auszuschließen, dass in einigen Dingen, möglicherweise verstehe ich was besser, und in anderen sind Sie gegen die Bemerkung. Ich habe es nicht ausgesprochen. Das ist wirklich nicht ausgesprochen. Das ist wirklich nicht ausgesprochen. Das ist wirklich ausgesprochen. Das ist wirklich ausgesprochen. Das ist wirklich ausgesprochen. In der Westen, ja, gibt es ja sehr viele, und nicht nur Romane werden geschrieben. Ich habe auch so neulich gesagt, dass… Der главный Geroi dieser Romane ist der знаменитeter Pissar Ernest Hemingway. Also der Held eines Romans ist der Arzt Hemingway als Handelperson. Und das Sujet des Romans handelt sich darum, dass Hemingway nicht sich selbst umgebracht hat, sondern war von CIA ermordet. Nun, was kann man von einem Schriftsteller erwarten? Dafür existieren die Schriftsteller, um uns mit Phantasien zu bereichern. Ich habe nur von Victor Pelewin, ich kenne den guten Roman, den russischen Roman. Eigentlich sehr gutes Werk. Sehr interessant. Ich sage Ihnen als Schriftsteller. Und von Victor Pelewin hat er sich in keinem Fall der Aufgabe übergestellt, die Wahrheit, die Geschichte zu erzählen. Ich sage wirklich, wenn die Leute versuchen, eine Wahrheit zu schreiben über den Roman um den Sternenberg und dabei nichts wissen. Ich habe einen Brief erhalten aus einem rumänischen Schriftsteller, der in Spanien lebt. Er hat mir gerade 30 Fragen beantwortet. In diesem Brief standen etwa 30 Fragen an mich. Und der Schluss dieses Griffes lautete so. Ich habe einen Brief verantwortet. Ich sage, dass Sie selbst nicht gegen den Berg von Bernhard-Ungerstaden war. Sie sagen, dass Sie selbst gegen den Berg von Bernhard-Ungerstaden waren. Wie ich hatte mein Buch gelesen, das weiß ich nicht. Und in diesem Brief stand, dass dieser Schriftsteller ein historisches Werk über Barone und Erdustadt schreibt. Und ich kann mir vorstellen, was das Haus wird. Aber ich wollte Ihnen sagen, was ich weiß, was mein Buch ist. Das ist ein Gegenteil zu dem, was Professor von Unger Steinberg hat. Er ist so eine Figur, dass in seiner Geschichte ein Mythos schwierig ist, dass ein Mythos von der Wahrheit zu trennen. Weil eben so eine Figur mit der Zeit geworden ist. Das Mythos ist Teil seines Wesens geworden. Und ich glaube, dass es möglich ist, dass es eine ganz saubere oder reine Wahrheit zu finden ist, über die Geschichte dieses Mannes. Und, natürlich, der Historiker muss sich diese Mythos beitragen. Aber es ist auch nicht möglich, wie es zu erreichen, dass es in einer absoluten Null zu erreichen ist auch gar nicht möglich. Ich versuchte, dass es in meiner Buch versuchte, die Mythos mit der Wahrheit zu verbinden, auch in der Ansicht, dass der Mythos auch ein Teil der Geschichte ist. Für mich ist ein Mensch, der so etwa vier Aspekte, vier Seiten hat für mich. Das ist ein großer Idealist. Das ist ein großartiger Idealist. Das ist ein großartiger Idealist. Das ist ein Träumer. Das ist ein großer Herr-Werführer. Das ist ein großer Herr-Werführer. Und ein Hänker. Und diese Seiten seines Wesen auseinanderzunehmen, zu trennen, ist unmöglich. Und deswegen ist er uns sehr interessant. Und wir müssen das auch diese Dinge trennen, also wenn der Baron auf dem Höhepunkt seiner Macht ist und das Blut ist grenzenlos und vergossen. Und wenn er nicht recht besiegt ist. Und wenn er nicht recht besiegt ist. Und wenn er nicht recht besiegt ist. Und in dieser Situation weckt er plötzlich Schiedleid. Und diejenigen, die ihn verurteilen und dann ihn erschießen, sind nicht besser. Und das letzte, was ich sage. Und das letzte, was ich sage. Es gibt ein Mythos, dass der Ungern ein Sadist war. Das ist nicht wahr. Das Leiden seiner Opfer hat ihm niemals einen Vergnügen Spaß gemacht. Es gibt ja viele Zeugnisse, dass er nie anwesend war bei den Erschießungen, bei den Morden, bei den Verhaftungen und sonstigen Übeltaten seiner Untergebenen. Er war viel zu hoch organisiert. Das ist ja so nervig dafür. Und das letzte. Er 위itations vor Ende, der Langte ist für Horst lohnt. Er war mit enveloppen mit einem Arm展. Obwohl er so müme Hey선n hasten. Auch wenn er...